Ich glaube, dass Sie das vielleicht noch einmal im Nissen steht, was Duitsch gesagt hat. Ihr müsst sehen, dass die Seite jetzt 20, 25, es gibt verschiedene Lebensabschnitte eines Architekten. Und Duitsch ist auch so in der letzten Phase. Die Aussage ist nicht weit verstanden, als er der auch politisch und theoretisch aktivsten Architekten war, der im Jensatz zu sicher unserer Generation, aber vielleicht auch zu eurer Generation, wirklich angedeckt ist. Also nicht nur als Architekt, das kürzt ist, sondern auch als politisch schreckende Mensch. Das Teil, was sich äussert in der Menschen in der Gesellschaft hat. Und es ist natürlich so, dass die Arbeitspläne, die wir heute haben, oder schon die Arbeitspläne, die wir vorgefunden haben, als wir studieren, zu denen, die wir jetzt hier und mir vorliegen, die sind einfach massiv anders. Und dementsprechend ist sein Verständnis vom Landschaft, dem Podium, vom Architektur, sein Verständnis vom Architekt als Entwicklung in der Menschen, in dem System ist heute gleich einfach nicht mehr machbar. Vielen Dank.